Ja, liebe gute Freunde, was macht da die Bauerhause heute Montagmorgen? Ich habe vor, da meinen Stahl, Mutterkuhstahl auszumisten. Ein bisschen kompliziert, muss die Kühe raus sperren auf den Laufhof, damit ich da hier drin misten kann. Jawohl. Als erstes hole ich den Hofladen, meines Kollegen. Dazu benütze ich mein Betriebsvelo. Spezialvelo ohne Vorderradbremse, nur ein Rücktritt. Ja, mein Nachbar muss da noch schnell Siloballe in den Stahl reinstellen, und da die Kühe, was zu fressen haben. Ja, ich habe da meinem Nachbar letztes Jahr den Kreiselschwader ruiniert. Der hat mir abgehängt, und ich bin darauf gefahren, und er war gerade abbruchreif. War ein Versicherungsfall. Und jetzt, was sehe ich da stehen. Ein Doppelschwader steht da. Was ist der Meld, die Laufbahn-Ausberg ist ja gut. Was ist die Wunderschöne? Wenn das schon umgehen wird, ist das schnell. Da geht es ganz schnell. Hehehehe. Musik Es geht hier knapp vorbei, ich muss da zu meinem Kopf aufpassen. Was es kommt zur Seite, ich muss das Kochen, ich muss das Kochen, ich muss das Kochen. Soll ich das Kochen. So, jetzt ist es fertig. So, jetzt ist der Wagen gebildet. Ja, ich denke da noch den Notflug auf Einbahnhof. So, der Stall der Mutterkühe ist misst raus. Jetzt kommt noch der Teil, wo die Rinder drin sind. Der geht auch noch raus. Es ist schneller gegangen, als ich gedacht habe, jawohl. So, jetzt kommt noch die Rinder drin. 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 Und das ein ganzer Tag lang. Mist ist raus. Ungefähr. Ganz sauber putze ich nicht. Da kommen ja gerade wieder die Kühe rein. Und der Restmist geht dann im Mai auf den Miststück. Ja gut, ich bin froh. In einem Tag habe ich das rausbekommen. Ich muss noch schauen, wie viele Kubikmeter das gewesen sind. So, wieder eingestreut. Die Kühe sind wieder im Stall. 7 Uhr abends. Feierabend. Jawohl. Noch zwei Karetten für den Garten.